Ja, moin, moin. Heute spielen wir wieder eine Runde Waff. Ich wünsche euch viel Spaß. Ach, hier haben wir noch ein Ei gefunden. Ja, wunderbar. Ach, hier haben wir noch ein Ei gefunden. Das ist gut. Gut, 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 gut. So. Okay, unsere Suppe ist doch auch schon fertig hier. Oder? Ja. Das ist doch gut. Können wir doch die Suppe essen einfach. Eine Schüssel haben wir noch hier. Jo. Gehen wir uns mal. Wir können doch noch ein paar Schüssel machen, würde ich sagen. Ähm, da. Was brauchen wir denn hier? Zwei Ton. Äh, da kommen wir jetzt. Kochen. Zwei Ton. Haben wir noch Ton hier irgendwo? Äh, hier hat man es. Hab ich nicht. Da. Ne, das ist Kupfer. Okay. Was haben wir hier? Zwei Ton. Zack. Vier. Ja. Wie viel haben wir jetzt? Zwölf Schütteln. Das würde reichen. Würde ich sagen. Das packen wir da hin. Jetzt haben wir hier noch zwei Metallbarren. Ja. Ich hab gut aus. Oha, die Nacht ist eingebrochen. Oh, Chicken haben wir auch noch am Start hier. Gehen wir uns einfach auch mal hier. Komm. Wo ist denn unser Becher? Mal was trinken hier. So. Jo. Einmal schnell auffüllen hier nochmal. Da. Und. So. Zack. Wunderbar. Äh. Was sagten die? Was sagten das? Radar hier. Ah. 735 Meter. Ja, gut. Okay. So hätten wir mal gut hinkommen können. Haben wir hier noch was drin gehabt? Noch ein Metallbarren. Ja komm, da können wir doch mal den nochmal hinpacken. Zack. Wunderbar. Dann machen wir noch eine Planke hin. Warte was. Da ist doch eine Insel. Eine kleine Insel ist da. Da ist eine kleine Insel. Da ist die kleine Insel. Komm, wir kriegen wieder das Fass da vorne. Warte, wir kriegen hier. Zack. Ja. Zack. Ja gut, okay. Das ist nicht viel, was wir bekommen haben. Aber ist okay, ist okay. Ähm. Hm. Wir könnten ja mal zu kleinen Insel fahren hier. Aber das will ja auch nichts sein, ne? Oder? Wir könnten, haben wir überhaupt noch, ähm, Kupfetten? Wir könnten noch ein bisschen Metallerz gebrauchen. Oder haben wir noch Metallerz genug? Wir schauen einfach mal. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Metallerz noch. Schau mal, haben wir hier noch Metallerz? Äh, nee. 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 Ein paar Steine. Nee. Und auch nicht. Warum machst du da nicht weiter hier? Ja. Oder was haben wir hier? Hm. Nö. Könnten wir vielleicht mal hingucken. Ob wir vielleicht noch ein bisschen Metallerz, äh, kriegen können. Wir das Ei packen mal da hin. Ja, wir kommen hier ganz gut hin, ne? Dann fahren wir einmal zur kleinen Insel mal rüber da. Und tauchen wir einfach mal. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Metallerz. Äh. Lieber ein bisschen was haben, ne? Können wir später bestimmt gebrauchen. Und dann besorgen wir hier noch mal ein anderes Lama-Gnu. So. Sollten passen. Man guckt schon wieder so traurig hier. Ja, ja. Müssen wir mal da rüber, eben? Okay. Einmal so rüber. Komm wieder hin. Passt das? Jetzt soll das passen. Das ist schon ganz traurig hier. Aber nach oben gehen sie auch nicht, ne? Guck mal, da liegt noch ein Ei. Ich höre doch schon wieder Friedlin. Ey, Friedlin. Was machst du da? Hör auf. Hör. Ach, hör doch auf. Hör doch auf. Zack. Kommen wir hin, ne? Ja, es sollte passen. Da ist doch ein Metallerz, haben wir ihn schon gesehen. Wunderbar. So. Passt das? Ja. So. Super. Äh. So. Also, das ist eine Möwe hier oben. Okay, okay, okay. Wir haben ja das Ei mal mit hier. Zack. Riecht dir vielleicht noch ein Ei? Weißt du, mit dir brauchst du noch Wasser oder so? Ah, wir können ja mal auffüllen. Zack. Passt das noch andere an? Ja, wunderbar. Und die... Na, das passt, kriegen wir doch auch. Wunderbar. Ein bisschen Schrott noch mal gekriegt. Okay. Können wir noch ein paar Sachen wegpacken hier? Können wir das Ei... Können wir wegpacken, wenn wir das Ei packen? Wir in die andere Kette rein. War das hier? Oder war es hier? Äh, wo war das? Hier. Hier war das Ei. Ähm. Ja. Da haben wir noch einen... Metallbaren hier. Haben wir überhaupt noch Metallbaren? Ja, hier. Zwei Stück. Zwei Schicken haben wir noch hier. Oder vier. Ähm. Ja, wir haben immer noch zwei Stück Fleisch. Fisch. Hä? So. Fisch. So, essen wir das Fisch hier. Die beiden Stücke. Dann trinken wir noch einen Schluck. Einmal Wasser. Zack. Und nochmal. Dann sind wir auch full. Können wir einmal auffüllen. Machen wir mal gucken, dass ist uns Friedlin hier nicht erwischt. Wir könnten eventuell nochmal eine Wasserflasche machen. Oder wie sieht die aus? Ja, halb voll. Okay. Ähm. Ein paar Pfeile könnten wir auch gleich noch machen. Wir geben mal ins Wasser. Hier vorne hatten wir doch was gefunden gehabt, ne? Gucken wir mal, wo ist ein Friedlin? Ist Friedlin hier irgendwann am Start? Ach, komm. Ja. Da war Friedlin. Na komm her. Du hast einen Schuss ab. Wo bist du? Da bist du. Komm her. Ja, komm her. Bäm. Haha, war wohl nix. Zack. Du beißt mich, ich treff dich. Oh, komm her. Können wir das mal reparieren? Wir haben überhaupt ein Holz. Ja, ja. So. Einmal reparieren hier. Wir könnten, aber hatten wir nicht irgendwo... Wollen wir mal... Ah, hier. Man hat Friedlin einfach abgebissen. Was soll das? Äh. So, hier. Oh, da bräuchten wir Holz. Haben wir Holz? Haben wir irgendwo Holz? Ah, da haben wir ein Holz. So. Können wir nicht irgendwie noch einen Haiköder machen als was? Oder hatten wir sowas noch gehabt? Müssen wir mal gucken. Äh, wo haben wir denn neue Thronen hier? Hatten wir nicht noch einen Haiköder oder sowas gehabt? Könnten wir auch einfach mal werfen. Äh, kein Haiköder? Hm. Doch, doch. Bestimmt. Irgendwo hat mir schon einer. Äh, nö, da ist nix. Da. Da haben wir einen. Siehst du? Den packen wir mal oder den schmeißen wir mal. Kommen wir ja durch. Äh. Ja. Wollen wir den hier vorne hier würden? Könnten wir auch mal hintauchen. Ähm. Hm. Hm. Ja. Wo schmeißen wir denn am besten hin? Hier. Wo ist denn überhaupt Friedlin? Hier, da ist Friedlin. Dann schmeißen wir ihn da hinten hin. Hab. Dann kann Friedlin dahin schwimmen. Ja, siehste. Dann können wir hier einmal tauchen. Wir hätten hier eben doch, ähm. Da. Eisenerz gesehen. Super. Zweimal. Ja. Na. Haben wir noch mehr? Einen Schrott hatten wir hier noch. Ja, komm. Nimm auch nicht. Können wir alles gebrauchen bestimmt. Was ist denn das hier? Ist das Ton oder ist das Sand? Ton. Na gut. Nehmen wir auch mit. So. Was ist das? Stein? Ne, auch Ton. Okay. Äh. Aber sonst ist hier nichts mehr. Aber auch keine Kiste oder sowas. Gibt es hier auch nicht. Da hätten wir noch Kupfer. Ja, komm. Kupfer könnten wir auch mitnehmen. Nehmen wir alles mit hier. So. Müssen wir gucken. Was ist das hier auch nochmal Kupfer? Ah, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Haben wir überhaupt noch, ähm. Eisenerz? Gibt es hier noch irgendwie Eisenerz? Was ist das Sand? Tauchen wir einmal auf. So. Dann haben wir wieder Luft. Dann können wir wieder abtauchen. Nehmen wir auch mal zwei Kupfer. Okay. Ja. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wunderbar. Okay. Äh. Friedlin hier irgendwie. Ja. Oh. Wir müssen mal auftauchen. Da ist vorne. Uh. Da ist Friedlin. Äh. Mein Bogen. Aha. Konnten wir uns gerade noch wehren. Okay. Friedlin. Du bist wieder am Start. Okay. 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 Da bist du. Ja. Ich treff dich. Hau ab. Hau bloß ab. So. Und ab. Ach. Wunderbar. Wir könnten aber noch ein paar Pfeile nochmal machen, ne? Wie viele Pfeile haben wir überhaupt noch? Ähm. Sieben. Na gut. So, wir gucken. Wo haben wir denn Pfeile? Da. Federn. Federn, Metallbauchen und, ähm, Planken. Äh. Öl. 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 So, dann brauchen wir wieder ein paar Federn. Haben wir hier noch ein paar Federn? Ja. So. Dann haben wir 19 Pfeile. Das sollte erstmal wieder reichen. Einen Metallbauchen können wir backpacken und die Federn können wir auch wegpacken. Was haben wir hier? Einen Speer. Mh. Kupfer. Ja, packen wir weg. Ja, da haben wir auch nochmal Kupfer. Ich habe ja Platz. Wunderbar. Ton kann auch weg. Ähm. Na, so. Sand haben wir auch noch. Wir können auch Glas noch herstellen. Ja, ist doch auch nicht schlecht. So. Ähm. So. So. Ein paar Seile. Ja. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns noch ein bisschen Metallbarren hier. Zack. Dann gehen wir mal auf die Insel und mal gucken, was wir hier so finden. Wo sie da sind. Ach, ist schon wieder Ei gelegt. Mal gucken. Wir haben ja jetzt genug, ähm, ähm, Metallärzte wieder gekriegt. Können wir auch gut wieder was machen. Können wir hier hoch. Oh, wir haben hier eine Blume. Noch eine Blume. Oh, eine Millioner. Ja, die können wir mitnehmen. Noch irgendwas? Ja. Sonst ist hier irgendwie gar nichts, ne? Nichts auf der Insel drauf. Schade. Haben wir denn... Komm, wir machen mal den Baum hier. Kriegen wir noch... Oh, eine Kokosnuss. Sehr gut. Wunderbar. Haben wir hier noch eine Melone? Rote Blumen. Hm. Nee. Oder? Nein, eine andere Nuss. Ja, können wir mitnehmen. Dann haben wir hier noch einen Baum. Machen wir auch mal hier. Komm. Fällen wir den Baum auch noch mal. Dann haben wir noch eine Kokosnuss gekriegt. Sonst ist hier eigentlich auch nichts mehr, ne? Gelbe Blumen. Nee. Hier ist nichts mehr. Da haben wir hier vielleicht noch eine Kiste oder sowas, die wir gesehen haben. Nee, ne? Gut, dann können wir... Oh. Okay. So, jetzt geht's. Hopp. Hm. Hast du nicht eben noch ein Eigelicht? Hier, doch. Seid doch. So. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal weiter, ne? Wo ist denn unser... Da. Einmal so. Und Ankerlichten. Zack. Komm wieder weg. Komm wieder rum. Na. So. Nee. Hä? Frilin? Hast du das abgebissen hier eben? Nee. Da hinten doch tatsächlich. Ich habe eben was gehört hier. Aber wir haben kein Plastik. Okay. Jetzt haben wir ein Plastik. So. Zack. Okay. Kommen wir um die Insel rum? Schaffen wir das? Ja, so ganz langsam kommen wir um die Insel rum, ne? Ja. Sollte passen. Wie weit ist denn das noch? Da haben wir noch ein neues Ziel. Aber wir fahren erstmal zu einem Punkt hier mit 825, 24 Meter. Das sollte passen. So. Jetzt müssten wir eigentlich nochmal einmal das Segel drehen. Und sollten wir wieder in die Richtung fahren können. Dass wir vielleicht nochmal, wie sagt, nochmal ein Gnu oder hier oder ist das ein Gnu, Lama, ja? Und vielleicht noch so eine Spielkameraden für TJ. Das sollte eigentlich auch jetzt gut sein, ne? Ja, sollte fertig sein. Äh? Okay. Da haben wir irgendwie zwei Wassermillionen. Können wir uns mal gönnen hier. So. Haben wir noch zwei. Vier Mangos haben wir auch noch. Komm, gönnen wir uns einfach auch mal. Hauen wir uns alles rein hier. So. Kokosnuss. Gönnen wir uns auch. Und einen anderen, das haben wir auch noch, ne? Ja, die gönnen wir uns eigentlich auch. Zack. Nehmen wir voll. Wunderbar. So. Dann müsste jetzt eigentlich jetzt gleich die Insel auftauchen. Ein, äh, Schussladung, Netz, ähm, irgendwas haben wir noch, ne? Ja. Wir haben noch ein paar Samen gekriegt. Äh, das ist auch gut. Können wir da wieder ein paar Bäume pflanzen auch. Oh, nicht schlecht. Komm mal her. Zack. Die können wir doch auch mal fällen hier. Und einen Mango haben wir wieder gekriegt. Zack. Und noch einen Mangosamen. So. Äh. Ja, Mango. Zusammen können wir einmal pflanzen. Dann haben wir hier noch Palme. Pflanzen wir auch mal. Können wir hier mal wegpacken. Haben wir hier noch Platz? Ähm, die packen wir da hin. Das passt. Was haben wir hier? Ah, Mango. Okay. Okay. Was haben wir hier? Und das können wir auch mal packen. Hier so. Wir haben aber Leder. Was können wir mit Leder machen? Können wir irgendwas mit Leder machen? Können wir ein Buch hier? Können wir Leder ins Buch packen? Ah, haben wir schon erforscht, ne? Leder haben wir schon erforscht. Okay. Beim Ei können wir auch nichts machen, ne? Ne. Ha, schade. Haben wir auch schon alles erforscht gehabt. Das ist schade. Hä? Hä? Ne. Wo kommt denn jetzt die Insel? Die müsste eigentlich auch jetzt richtig auftauchen, oder nicht? Oha. Wie? Entfernen wir uns? Oh. Wir entfernen uns, oder? Ah, dann müssen wir ein bisschen... Wir müssen drehen hier. So, da hin. So. Das wird eigentlich passend dann. 655 Meter. Ja. Gut. Okay. Oh. Nein. Oh. TJ ist auch gestorben. TJ ist auch jetzt gestorben. Oh, schade. Ruhe und Frieden. TJ. Wir hängen dich hier auf. Whip in peace. Mein Freund. Whip in peace. Okay. Dann müssen wir uns gleich mal gucken, wie wir noch so eine Ziege holen hier. Das ist jetzt echt schade, dass TJ jetzt auch gestorben ist. Hm. Gut. Das können wir hier. Aber ich sehe die große Insel nicht, ne? Sehen können wir die im Moment noch gar nicht. Das müsste eigentlich die zweite große Insel sein. Wenn wir da wieder richtig hinfahren können. 570 Meter, wir drehen noch mal ein bisschen das Ziegel. So. Okay. 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 Okay, Nacht kommt. Wir könnten ja eigentlich auch ein bisschen schlafen. Hä? Achso. Hopp. Dann schlafen wir uns mal ein Stückchen hier. So. Dann ist es wieder Tag. So. Sind wir denn noch in Richtung Richtung hier? 537 Meter. Aber was ist denn das Blaue? Hm. Was wird das sein? Das Blaue? Aber wir könnten... Haben wir noch eine Batterie gemacht? Die Batterie ist auch gleich leer. Ähm. Haben wir irgendwie noch eine Batterie? Oder müssen wir noch eine Batterie machen? Wir schauen mal. Ähm. Hm. Keine Batterie mehr. Haben wir keine Batterie mehr? Ähm. Nee, hier ist keine. Wir könnten vielleicht noch eine Batterie machen. Okay. Hier ist keine Batterie. Haben wir keine Batterie mehr? Okay. Okay. Ich dachte, wir hatten noch eine Batterie gemacht. Gut. Machen wir einfach eine. Ähm. Wo war die denn? Sie weiß es, glaube ich. Ne? Aber ich höre erst mal Friedlin. Friedlin macht mir Stress hier. Hör auf. Ach. Komm. Ach. Hat er doch mal Glück gehabt. Okay. So. Aber wir haben kein Plastik. Da haben wir Plastik noch. Zack. So. Was wollten wir für die Batterie haben? Da brauchen wir drei Schrott. Ein Pl... Drei... Sechs Plastik. Ein Kupfer. Okay. Ähm. Plastik. Reicht noch nicht ganz. Okay. Ähm. Plastik haben wir jetzt genug. Drei Schrott. Okay. So. Haben wir auch. Und ein Kupfer. Ein Kupferbarren. Haben wir noch einen Kupferbarren? Haben wir keinen Kupferbarren mehr am Start hier? Wir schauen mal. Ne. Drüben? Was ist denn da drüben? Hopp. Haben wir hier noch einen Kupferbarren? Dann müssen wir noch mal schnell einen Kupfer machen. Das ist ja auch nicht das Problem. Okay. Okay. Anscheinend haben wir keinen Kupfer mehr. Okay. 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 Aber wir hatten der Kupfererz gehabt. Wo haben wir das denn hingepackt? Das ist Ton. Das ist Ton. Das ist auch Ton. Habe ich Kupfererz darüber gepackt. Drinnen. Ähm. Ja. Ja. Zart, zwei, zwei, zwei. Ich packe mal die Leder weg hier. Wenn ich Eierkittenmengen auch weg packe, ne? Hier haben wir auch eine Ton. So. Dann nehmen wir zwei Stück hier mit. Haben wir hier nicht irgendwo noch Platz für die Eier? Haben wir die Eier irgendwo weggepackt? Ja, hier, genau. So. Dann machen wir einfach mal ein bisschen Kupfer. Ähm. So. Dann können wir gleich noch eine Brarrie basteln. Das ist auch nicht schlecht. So. Dann kriegen wir noch ein Schluck. Noch ein. Noch ein. So. Einmal. Und. Zweimal. Und. Wer kriegt doch. Wirbel noch. So. Da. Haben wir auch wieder eine Insel. Das ist wieder eine kleine Insel, ne? Aber die. Die kommen dichter. Da ist wieder so eine kleine Insel. Hm. Okay. So. Warten wir mal bis das Kupfer noch fertig ist. Ähm. Dann können wir noch eine Batterie machen. Können wir überhaupt mit der Batterie vielleicht auch was im Buch machen? Ich glaube nicht, ne? Aber wir probieren es einfach aus. Wir nehmen mal die Batterie hier mit. Und packen wir mal ins Buch. Ich bezweifle zwar, dass wir das was machen können damit. Aber. Ne. War mir aber irgendwie klar, dass wir da nichts mit machen können. Hätte klappen können. Ich hab gesehen, du hast noch nicht abonniert. Aber los jetzt. Das ist doch nicht. Döhnelt. 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 Vielen Dank.